Hallo Leute! Willkommen zur 17. Folge. Wir gehen jetzt mal nach draußen und holen uns ein paar Sachen. Haben wir jetzt die? Ja, haben wir. Gut, ähm, das letzte Mal hatten wir ja so einen komischen Skin. Also, ja, der wird mir manchmal von meinen Freunden gewechselt, wenn wir mal was anderes machen. Ja, ihr wisst schon, ne? Ähm, hier, 21, 19, 18, 17 und öffnen. Oh, cool. Ich würde sagen, die bewahren wir auf, ne? Die bewahren wir auf. Auf jeden Fall. Naja, ähm, jetzt wollen wir noch kurz Fleisch uffaren, glaube ich. Ähm, jetzt wollen wir noch Fleisch formen. Wie er geht das jetzt mal, warte mal, warte, 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 warte. Ich bin so gerade, so verletzt mich. Ähm, so, mit ja, Ketten. So, wir gehen jetzt erstmal nach draußen, um uns halt Fleisch zu formen. Wie man es glaube ich schon mitbekommen hat? Ja, Leute, ihr habt es glaube ich mitbekommen, wir wollen Fleisch farmen. Ja, Leute, heute wollen wir mal Fleisch farmen, oder doch wirklich nur Karotten. Und ich glaube, wir farmen heute doch mal Karotten. Ja, wir farmen heute glaube ich nur Karotten. Wir farmen heute nur Karotten. Falls ihr schon mitbekommen habt, wir farmen heute nur Karotten. Wir farmen heute nur Karotten. Keine Flasch, nur Karotten. Oh Gott, ja ich wollte schon sagen, ein Steak und halbes reicht ja. 96 also. Na, klein, kann aber wieder hier mitbekommen laufen. Gucken, was es Nuss in der Welt gibt. Ich reine mal ganz einfach da. Das ist so blöd, aber wir sollten eine Karte mitnehmen, wir sollten eine Karte mitnehmen. Wir gehen mal nächstes Mal auf Reisen. Lange Reisen. Und wir gehen ganz kurz auf eine Reise. Und gucken, dass da draußen noch was gibt, was wir ja noch nicht kennen. So. So. Zack. Zack. Gut. Aber da hinten ist der Dungeon, wo wir mal waren. Und wie sieht die Karte von Kono schon praktisch aus? Egal. Wir sind auch da noch nie gerannt, glaube ich. So. Dann rennen wir noch in diese Richtung. Dann rennen wir nach Westen. Westen, Westen, Westen. Der Dungeon liegt ja im Süden. Ne. In Osten. Im Süden und Norden waren wir noch nicht. Nichts. Nur schon die Metzende. Bliut. Sicher blöd. Schon die Metzende. Ist nicht ohne. Die, lau warum ist so viel frei. Weil hier ist der erste Metzende. Summen. Egal. Wollen wir weiter. Ich sehe nichts anderes. Vielleicht wird mir noch ein zweites Dorf. Ich seh grad nichts. Was hat diese Kürze hier? Ich hab kurz ernten können hier, ne? Ui! Zack. Zack. Der Diamant... ne Rüstung. Die Diamant-Rüstung sieht irgendwie voll komisch aus am Pferd. Weil auf einer Seite... Warte mal, warte mal, das muss ich jetzt untersuchen. Der hat hier oben ja keine Rüstungen. Aber da hat er Rüstungen. Hä? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das Absicht ist. Egal. Ich muss mal weiter... Weißt du was? Na, warum gerade gar nichts, glaub ich? Und mal in dieser Richtung noch... Ich glaub nicht, dass hier noch was ist. Oh, hm? Los, wo rutscht. Ähm... Weil meine Empfindlichkeit hier so hoch ist, eingestellt. Deswegen rutscht er auch öfter weg. So, jetzt rutsch ich wieder runter. Aber hier ist gar nichts. Und jetzt... Kann man, glaub ich, wieder runter holen. Ja cool. Ich dachte eben... Ich dachte eben... Das wäre nämlich der Berg könnte. Hätte er sein können. Aber auch von dem... Und jetzt... Nächsten Daufer will noch gar nichts gesehen. Schade, schade. Schade, schade, schade. Können wir mal was anzuhören. Oh! Nein, Ferdie, nein, Ferdie, nein, Ferdie, nein, Ferdie, schade, rein, rein, rein. Oh nein. Ferdie brennt. Ferdie rein, da! Rennen, Wasser. Mann, bin mir mal von Wasserleitung. Wir könnten... Ähm... Ach, du Schuss in meinem Kopf. Oh, mein... Was ist das? Warte. Flup. Ah, wie der mein Kopf dreht, Alter. Oh mein Gott. Guck mal zu Hause anfangen zu hören. So, wir müssen unser Pferd auch mal heilen. Mal war, glaub ich, dann in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen... Oh. Damit würde ich sagen... Damit würde ich sagen... Ciao, Leute! Ciao!